Lass uns mal rein! Pssssssss Alter wie ist das Schlecht sind die Warnus in der Hunde? Oh mein Gott! Hunde da wieder. Spion auf dem Tarnflash. Oh! Ja lass mal berg runterfallen. Jawoll! Drei Stück sind's zumindest mal. Ich hab keine R oder was? die auch nix theoretisch doch da ist auch keiner von uns sollen wir sich zurückfahren oder was du aber an die anti-infanterie brauche ich auch gerade nicht und anti-infanterie weil sie nicht der hochfall ist eh selbst fort wir haben die base zurück können wir uns vor ach so geschieht auch nicht ich weiß oh oh die ball auf mich verweckt alter die haben ja 50% mit einem schuss gezahlt und jetzt bin ich fast tot ich triff dir nicht und doch das 10 bitte er mache ich was war das war das ist was ich nicht zwar irgendwann was zwar eben das ist hier auf jeden fall hier war gerade so wie das geizerte lipp ich weiß nicht ob wir da hochkommen in berg wir müssen hier rechts rüber bin ich auf beiden hügelen aber höher oh hier ist ganz ganz gut das ist ganz viel dreck einen habe ich ich habe meine ehemersatz gehört meine kd gehalten ich sehe aber auch überhaupt nichts in der luft drei stück sogar getötet in dieser runde ich weiß sie gar nichts ich sehe nur unsere leute wenn dann ja und auch auf einmal wie wäre es wenn wir eine galaxy top machen da kommen wir nicht über mich rüber 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 da haben wir jetzt alle noch mal gesagt jetzt kommen die fahrzeuge ok wir gehen zurück und machen anti-fahrzeug und er hat geballert es kommt wohl auch was über der red da vielleicht hinterm schilder nicht vom schild weg ich gehe mal von der anderen Seite ran das sind sandys ich glaube bei denen kann ich umrüsten die auch sind ja ja einer davon ist glaube ich offen ja 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 ich hoffe jetzt habe ich nur die zyklonen ja auch das ist der nicht der zweite die treffe uns gut naja oben die haben oberen vater die oben sind da gibt mir lieder könnte hinter den brand und spawnen, ja, die spawnen wiegen zu setzen. Pfeil. Ist Dark weg? Ja, Sven ist Lieder. Dark hat doch gesagt, der ist Essen. Ich hab gar nicht zugehört. Mein Behindertbild. Ja, gut, die spawnen wiegen ist weg. Gut. Ich jage sie mit Raketen. So ein bisschen Infanteristen überm Berg jagen. Da haben wir schon keine Panzer. Oh, oh, Panzer. Doch, Panzer, da sind sie. Oh, shit. Doch, Tom. What the fuck, was macht der? Der Reward Quiz am uns machen will das. Keine Ahnung was der vorhatte. Jetzt kommt das Gleit, ne, es ist klar. Oh, hey, hey. Also wir kommen hier nicht mal vorwärts, also das ist ein Stellungskern. Aua, lass mal was, Alter. Wir haben sowieso nix, weil die die bessere Position haben. Nein, sie kämpfen von oben runter, da kann man nix machen. Jetzt ist die Frage. Okay. Können wir doch was anderes sinnvolles machen. Das einzige was man machen könnte, ist irgendwie den ganzen Trupp aus westlicher Richtung dahin zu bewegen. Ja, aber sie hucken da oben so fest drin. Aber die meisten Anziehs, die versuchen ja diese Bergstraße hochzukommen und sie zudem immer zu merken, oder mal drüber nachzudenken, vielleicht mal aus Westen her ranzukommen. Immerhin haben wir ja in der Excavation. Eben, aber da kommst du ganz sicherlich nen Berg nicht mehr hoch. Weiß doch nicht, ob in der Excavation war vorhin auch Zubi, Markus und ich hochgefahren sind. Alter, da stand es ja auch mit locker 30, 40 Mann oben. Ja. Ja, da muss man halt die Leute dazu bringen, von dort abzuwandern. Also da kommen wir nicht hoch, der darf, das kostet sich zu viel Geld. Jetzt kommen die, jetzt kommen die Lips, die übertroppen uns. Gelsmonster? Äh ja. Ja. Aber ich denke nicht, dass ich so lange... Ja, okay doch, wir haben sie. Ja, will ich doch mal sagen, man müsste im Befehlskanal sagen, okay, um den Feind dort zu schwächen, müsste man auf Quartz Ridge gehen. Dass man die von da wegkriegt. Alter! Das schießt natürlich ins Spiel und auf mich. Ja, wenn Befehlskanal mal funktionieren würde. Na gut, andersrum, der Befehlskanal bräuchte auch nur Altersbegrenzung, ne? Aber das ist gar nicht so schlimm im Befehls... Das ist im Befehlsding gar nicht so schlimm. Was zur Lämmung? Weil den kaufen sich die ganzen kleinen Kiddies nicht. Weil den kostet ja Certs. Ich hab auch nicht gekauft. Äh, kostet Certs. Ja, und? Der Bezahl fliegt nicht. Der Bezahl fliegt nicht 3 nicht. 100 Zerts oder so oder so, oder 200 oder noch den Befehlskanal. Ja. Jaja. Also ich hab in dem Befehlskanal noch nie jemanden... ... also 116 gefunden. Ich glaube, meine 100 kostet den Befehlskanal, und um die Angriffs- oder Verteidigungszeiten zu setzen, kostet es glaube ich 200 oder 250. Ja. Ah, jetzt, das gibt's doch nicht. Aber trotzdem. ich habe noch nie ein Problem mit seinen Kittys da gehabt schießt immer nur auf die die Stütz die Uhr kommt auch teilweise darauf an, zu welcher Teil des Zeugs aber ab und zu hast du wirklich Kittys dabei, da wachsen die an den Kopf ich brauch Raps ganz triggend wir auf der anderen Seite vom A-Punkt Killes ist sehr leck da fragt man sich auch manchmal, wo ist dieser Mike, der aus Breaking the Bed der mal aufräumt, so still und heimlich im Hintergrund ja, aber ich mache jetzt eh in vier mit drei Minuten Schluss ich muss mich hinlegen, also ich kann bald nicht mehr sitzen das direkten Thunder war vor mir, ne? jo ist klar und der hat aufgemacht sogar hey, ich habe ein ganzes Magazin Doppel-Hexer reingehalten und habe null Kills gemacht das ist lustig das ist nochmal ein Sunderer hinter uns schluck dir auch, wie die, warte ich hole dich wie die, äh wie die französischen Nutten aber bewegt dich, das ist ein Sunderer ja, ich bin schon zu gut und hofft die nächste Galaxy Topt die hat ne Max auf jeden Fall drin, die hat es nämlich oben abgeholt pushen ja ich brauch Raps, weil ich bin schon zu gut und hofft das ist ja dumm, dass du da treibst das ist ja dumm, dass du da treibst ich weiß nicht, was der getrieben hat was soll ich mit der Swamp biegen? Bulldog, oder? oh, wir kommen oben rein ne ich doch ne ich doch ne 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 und dann wär ich bei Ihren proven���ente Getätet tss naja wie wir so schlecht sind, die waren, Oh Mann, und gar mich für die böse ocks gemacht haben soviel Küso macht ich auf fünfпонchsten tapfer sich auf bookend oh, wir fliegen in anpunkt jlawehrmült rig트 zu Nein, 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 nein ichätte einfach nur recht daneben natürlichقدłe Instance! Das ist geil! Alter, wie viele Leichen hier verlegen. Ah fuck. Laufen bin ich noch nicht so gut. Ach, vor allem brauche ich jetzt langsam Munition. Das ist doch behindert. Das war ein Push. Ja, kann man so sagen. Passt rein, ne? Meinsam. Alter, wie viel darf ich eigentlich noch von denen töten, bevor sie mich endlich mal töten? Genau, jetzt. Ja, selber schuld. Ja, aber so viel wie ich getötet habe. Ich habe jetzt 5 Stück getötet. Direkt nebendran gestanden. Und das würde ich sagen, das ist ein geiles Ende zum Schluss gewesen für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber ich muss mich jetzt hinlegen. Ich kann nicht mehr. Jetzt haben wir meinen Ranzen verreist gleich. Also bis zum nächsten Mal. Und wir sind raus. Tschö. Illl. Illl. noch auf eine Buche. Cuz. Oh, mein Gerhard blöhm. Tschö. Untertitelung. BR 2018